Wenn es grenzlich wird, ist die Feuerwehr immer zur Stelle. Aber wussten Sie, dass es in Deutschland nur rund 100 Berufsfeuerwehren gibt? In den meisten Orten liegt der Schutz in den Händen der Freiwilligen Feuerwehr, so wie hier in Uhingen. Oft dabei sind unsere Fahrzeuge und in meinem Fall heute zwei Kollegen, die sich hier ehrenamtlich engagieren und die ich jetzt mal besuche. Hi Marco. Hallo. Du bist jetzt hier schon seit einiger Zeit. Seit wann engagierst du dich denn bei der Freiwilligen Feuerwehr? Seit 1994 bin ich jetzt dabei. Das heißt also 23 Jahre, wenn man die Jugendfeuerwehrzeit dazu zählt. Hast du dich schon mal ernsthaft in Gefahr begeben in den letzten 23 Jahren? Ja, also als wir einen 3000 Liter Flüssigkeitsgastank schützen mussten, das Gebäude stand in Vollbrand und der Tank war eben von der Hitze bedroht. Und es war unsere Aufgabe, diesen Tank zu kühlen, damit er eben nicht explodiert. Und das war schon, ja, im wahrsten Sinne, das war das eine heiße Kiste. Markus hat mir schon mal die Sicherheitskleidung parat gelegt und die ziehe ich jetzt so schnell wie möglich an. Ich gehe jetzt zu Wolfgang. Er arbeitet hauptberuflich bei der Werkfeuerwehr von Daimler und fährt heute die Drehleiter. Hi Wolfgang. Hi Sarah. Du sag mal, Werkfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, ist dir das nicht zu viel Feuerwehr? Nein, das ist immer gar nicht zu viel Feuerwehr. Ich bin leidenschaftlicher Feuerwehrmann und dadurch habe ich dann mein Hobby zum Beruf gemacht. Sarah, steigen wir ein. Ich bin leidenschaft. Ich bin leidenschaft. Ich bin leidenschaft. Wir haben es heute mit einem Brand im städtischen Bauhof zu tun. Und während die eine Gruppe reingeht und den Brand löscht, werden wir aufs Dach gehen und die zwei Menschen dort retten. Musik 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 Herr Wittlinger, Sie haben den Einsatz jetzt gerade mitverfolgt. Wie wichtig ist denn die Freiwillige Feuerwehr für Ihre Gemeinde? Die Freiwillige Feuerwehr ist für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Uingen natürlich eine ganz wichtige Institution. Sie sind sieben Tage, 24 Stunden unterwegs und immer wenn es irgendwo brennt oder Probleme gibt, sind sie einsatzbereit. Pkw in Vollbrenn. Musik Musik Die Einsatzübung ist vorbei, alle Menschen sind gerettet und ich habe gesehen, bei euch sitzt wirklich jeder Handgriff. Wie wichtig sind Zusammenarbeit und Vertrauen für euch? Zusammenarbeit und Vertrauen ist enorm wichtig. Wir müssen uns gegenseitig aufeinander verlassen können. Wenn der Markus und ich zusammen ins Feuer gehen, muss ich genau wissen, er versteht sein Handwerk, er muss wissen, ich verstehe mein Handwerk. Und die Kameradschaft proben wir gleich auch nochmal ein bisschen auf der Wache und stoßen auf den Abend an. Vielen Dank, hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe gesehen, wie wichtig der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr ist. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020